Ein Fahrer mit einem Schmerz! Könnt ihr auch damit umgehen? Ja! 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 auer hasseiation. Oh! Ja! München! Ja! Ja! Thor ist die! verpassen wenn es nicht ein echter cord Ah! Habt ihr nichts besser zu schaffen, als ihr hier zu plügeln? Gegen einen armen Apfelbaum traut ihr euch? Bringt die Hexe besser zum Ritten! Geht doch nicht ein! Sonst halt ihr den Hexe! Habt ihr denn nicht mal ein Schwert? Ah! Hust ihr nackt? Habt ihr den Hexe besser zu machen? Ah! Da ist er! Habt ihr jetzt nicht eins? Ja! Dann zum Richter mit ihr! Hey, was soll das denn? Mein Herr! Tolle! Hier! Hier schon wieder! Weißt du! Ich hab' kein Geld! Ich hab' kein Geld! Wollt ihr wohl erstreiten aufhören von der hohen Gerichtbarkeit? Nein! Dann sind wir fertig! Ich hab' kein Geld! Nein! 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 Wir schreiten! Wir schreiten auf dem Apfelbaum! Also seid die frei beschuldigt! Ich bin einschuldig! Das ist ja die Hexe! Lass mich in Ruhe! Ich schreiten! Am Apfelbaum! Was könnt ihr denn hier? Na diesen Partie nicht? Du! Vielen Dank.